Die zu veräußernde 3-Zimmer-Penthaus-Wohnung befindet sich in Luzmajor. Die Wohnung wird 1996 erbaut und über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 130 m² beläuft sich der Kaufpreis dieser Penthouse-Wohnung auf 599.000 Euro. Kontaktieren Sie uns! Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.